Seit mehr als fünf Jahrzehnten überzeugt Scheuch-Ligno als professioneller und zuverlässiger Partner in der Lufttechnik. Vier Spritzräume und zwei Trockenräume hat der Absaugspezialist bei einem Möbelerzeuger errichtet. Mit modernster Technik und optisch sauber mit Sandwich-Panelen. Das Ergebnis, eine Oberflächenanlage, die neue Standard setzt. LED-Lampen garantieren höchste Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer. Über ein Touch-Panel ist die Anlage schnell und einfach zu steuern. Alle Zu- und Abluftgeräte, Radialventilatoren, der Kaltwassererzeuger und der Schaltschrank befinden sich auf einer Galerie über den Spritz- und Trockenräumen. Der Schaltschrank wird von Scheuch-Ligno programmiert. Alle Parameter sowie verschiedene Betriebsmodi können individuell über das Touch-Panel eingestellt werden. Der gewählte Betriebsmodus wird durch den Startknopf aktiviert. Beim Starten des Lackiervorgangs registriert ein Sensor den Druckluftverbrauch. Die Anlage fährt automatisch auf die voreingestellte Luftmenge hoch. Ein Magnetventil sorgt dafür, dass erst dann lackiert werden kann, wenn die Anlage in Betrieb ist. Nach Beenden des Lackiervorgangs fährt die Anlage automatisch in eine niedrigere Luftmenge. Die Temperatur in den Lackier- und Trockenräumen kann unabhängig von der Außentemperatur ganzjährig konstant gehalten werden. Bei tiefen Außentemperaturen wird die Frischluft über einen Rotationswärmetauscher vorgewärmt und mit einem Heizregister auf die gewünschte Temperatur gebracht. Dabei kann bis zu 80% der Energie zurückgewonnen werden. Bei hohen Außentemperaturen wird die Zuluft bis zur gewünschten Temperatur gekühlt. Elektrische Glastüren schirmen den Staub ab. Das Brandschutztor wird einmal geöffnet und bleibt über Haftmagnete offen. Die Glastüren übernehmen die Türfunktion. Sie sind einfach zu bedienen und ermöglichen einen schnellen Zutritt. Individuelle Kundenwünsche setzt Scheuch-Ligno flexibel um. Die Absaugung des Spritzplatzes kann bei Bedarf auf eine grössere Fläche in der Bodengrube erweitert werden. Konstante Feuchtigkeit ist beim Lackieren und Trocknen besonders wichtig. Scheuch-Ligno integriert die Luftbefeuchtung im Zuluftgerät. Eine Hochdruckkanalbefeuchtung mit 98% Zerstäubung und eingebaute Flügel sorgen für definierte Wirbel an der Abrisskante. Dadurch verkürzt sich die Verdunstungsstrecke um 50%. Auch für die Luftzuführung ist Scheuch-Ligno der richtige Partner. Wo Lufttechnik gebraucht wird, sorgt Scheuch-Ligno für alle Zuluftanlagen und Abluftrohrleitungen. Von der Projektplanung über die Umsetzung, die Programmierung bis hin zur Inbetriebnahme der Anlage. Bei Scheuch-Ligno kommt alles aus einer Hand. Der Auftraggeber hat für das gesamte Projekt nur einen Ansprechpartner. Sonderlösungen sind jederzeit möglich. Die Wartung der Anlagen ist einfach. Die einzelnen Systeme sind so durchdacht und aufeinander abgestimmt, dass der Zeitaufwand gering ist. Scheuch-Ligno eröffnet eine neue Dimension in der Oberflächentechnik. Vertrauen auch Sie auf unser Know-how und unsere Erfahrung.